Musik Schaut euch das Video bis zum Ende an, denn dort ist wieder ein Pilz-Gewinnspiel und die Bedingungen da drin werden natürlich dann auch gestellt, also viel Spaß beim Schauen. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidgett! Es ist endlich soweit und zwar, wie ihr euch vielleicht erinnert, habe ich in der letzten Folge gefragt, ob es Sinn macht, diesen Server einfach fallen zu lassen und das werden wir jetzt auch tun, denn ich werde diese Gilde hier jetzt einfach verlassen. Ich weiß zwar nicht gerade, wie ich sie verlasse, aber ich werde sie verlassen. Ich werde den natürlich noch gespeichert lassen, man weiß ja nie, ne? Aber grundsätzlich sehe ich es halt nicht mehr ein. Ich habe keine Lust mehr auf die Gilde und der Charakter wird jetzt erstmal stehen und liegen gelassen. Wir werden jetzt aber auf Welt 56 weiterspielen, denn ich möchte Level 45 erreichen, heute noch. Ich bin am überlegen, ob ich den Goldschatz nochmal ausbaue, weil dann freut sich hier die ganze Gilde. Ich habe hier gerade ein paar Pilze, ich weiß aber gar nicht, ob sich das so sehr lohnt. Ich kann ja mal eben im Zauberladen gucken, ob wir irgendwie neue Tränke haben. Das sieht aber eher schlecht aus. Melendez, mein Schatz, sie ist ja auch schon Stufe 100. Was ganz schön krass ist, dafür, dass er V2Play spielt. Wobei ich echt zugeben muss, das sieht manchmal so aus, als hätten die ein bisschen reingepilzt. Wegen dem hohen Level und 70% Sammelalbum. Melendez hat 50. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich jetzt eigentlich gerade. Ich habe jetzt nicht so aktiv gesammelt. Ich muss auf jeden Fall die Ritterhalle noch hochziehen. 12% Eis. Das ist ausbaufähig und ich denke, dafür können wir als allererstes auf jeden Fall mal in die Arena gehen. Und gucken, dass wir mal hier irgendjemanden mit platt machen. Der Battle Mage macht uns leider fertig. Vorführeffekt. Ja, dann würde ich sagen, ich queste jetzt erstmal gleich eine Runde. Und danach gehen wir in den Dungeon, oder was? Oder wie, oder was? Oder was, oder wie? Noch ein Korn. Hast du noch ein Korn, ja? Sie sagt zu mir, pass auf dich auf, doch heute sauf ich mich tot. Ich mach die ganze Flasche leer, auch wenn es sich nicht lohnt. Will hoch hinaus, der Grund dafür, wir rauchen dicke Joints. Und flieg von Düsseldorf ins Loch, weil das Leben läuft. Wow, ich bin draußen mit den Jungs, du da in meinem Cup. Digga, ich muss auf dem Ohnegrund. Dieses Leben ist nicht gut für meinen Kreislauf. War schon abgefuckt mit 13, also scheiß drauf. Oh shit, ja. Ich hab seit neuer Clean Cut, weiße Nikes. Und ich schwöre, ja, sie liebt das. Auf dem Tisch eine Pille und ich könnt sie nehmen. Doch so auf den ganzen Tag nur Bier, wie die Ulti Gang. Guck mich an, ich bin wieder unterwegs, Nike Sport, Sport. Ich trage die Trikot Nummer 10, ey. Gobi Kneid, lädt mein Film, ha? Fick dein Hollywood. 7 Euro, Malle Gold, bitch. Und ich rauche gut. Sie sagt zu mir, pass auf dich auf, doch heute sauf ich mich tot. Ich mach die ganze Flasche leer, auch wenn es sich nicht lohnt. Will hoch hinaus, der Grund dafür, wir rauchen dicke Joints. Und flieg von Düsseldorf ins Loch, weil das Leben läuft. Frühstück bei McDonalds und dann Jackie Cola kaufen. Einfach leben, leben, sind die ganze Nacht am Saufen. Ich lebe mein Leben, aber Fokus auf die Ziele. Einem Bruder wird geholfen, lebt er lange Zeit auf Krise. So ist das in den Kreisen, in denen ich schon lang verkehre. Hast du ne andere Meinung, jo, dann ist es die verkehrte. Stapel meine Racks jetzt, hänge mit dem Besten. Das Island ist für immer und wir sterben als Legenden. Du siehst es anders, aber jo, du bist ein Niemand. Halt mal deine Fresse, sonst mach ich dich zu nem Schießstand. Du raust deine Shisha, wie nur dicke Lunden. Meine Brüderchen hier oben. Bevor ich das vergesse, jetzt nachdem wir endlich Stufe 45 sind. Wir haben ja ein Gewinnspiel am Laufen. Und der Gewinner von dem letzten Gewinnspiel wird jetzt hier eingeblendet. Ich glaube das war Pixgamer, oder? Pixgamer gewinnen. Die Werbung damals war echt einiges präsenter als heute. Außerdem könnt ihr wieder 100 Pilze gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur ein Like, ein Kommentar und ein Abo dalassen. Das Gewinnspiel wird dann Montag aufgelöst. Und das war dann auch somit vorerst das letzte Gewinnspiel. Ich lasse euch dann natürlich wissen, wer gewonnen hat. Oder wann es neue Gewinnspiele geben sollte. Oder irgendwas in der Richtung. Geht's weiter zum Dungeon. Ich weiß gar nicht, welche Dungeons wir hier noch alle offen haben. Einmal den Steintroll. Ich heiße Abend, ja! Dann den hinterhältigen Kal-Halunken. Der war 54 und der war 48. Und der 52. Also müsste der Steintroll ja am ehesten fallen, ne? Ich würde mich jetzt nicht über ein Epic beschweren. Aber der haut uns trotzdem ganz schön aufs Maul. Das gefällt mir nicht. Ein Epic haben wir leider nicht bekommen. Allerdings etwas, was wir verkaufen können. Ja, wegen der Festung muss ich halt gucken, dass ich die in Zukunft jetzt nochmal ausbaue komplett. Wir haben ja hier ein bisschen Holz, ein paar Steine, die noch fehlen für die Ritterhalle. Für die Ritterhalle 6 müsste das sein. Jetzt genau hier sind die Ritterhalle 5. 6 fehlt. Da können wir nochmal ein paar Kämpfe machen. Schauen wir mal eben, ob wir die... Da müsste ja easy fallen eigentlich. Ja. Nochmal ein bisschen was gewonnen. Den können wir auch nochmal machen. Wenn ihr außerdem mit Shakespeare's erst angefangen habt, kann ich euch unbedingt die Videos von Melendez empfehlen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Der beantwortet Fragen wie zum Beispiel, ob es worth it, Free2Play zu spielen ist oder sonstiges. Oder welches was die beste Klasse ist für PvP oder PvE etc. Also die ganzen wirklichen Anfängerfragen wird er von Grund auf erklären in seiner Anfängerreihe. Wie gesagt, der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Zieht euch das rein. Ist wirklich cool. Lasst liebe Grüße von mir da, falls ihr euch das mal anschauen solltet. Und ansonsten denke ich, war es das auch erstmal mit diesem Video. Wir sehen uns dann morgen zum RealLifeContent wieder. Oder Montag zum nächsten Shakes and Fidget Video. Wenn es wieder heißt, wir müssen tun, was Melendez sagt. Haut rein. Ciao.